Hi, ich möchte euch heute mal einen kleinen Einblick darüber geben, wie es war bei mir in meiner kleinen Gaming-Karriere, wie ich angefangen habe, welche Konsole ich gespielt habe, welche Spiele ich gespielt habe, was denn so up-to-date war und wie es denn so früher denn auch so war. Seid gespannt, es geht jetzt los mit Akt 1, Konsole, haut rein. Im Alter von 4 bis 5 Jahre ungefähr habe ich den Amiga 500 oder Amiga Commodore bekommen und war sehr erfreut darüber. Happy, happy, happy! Mit zwei Controllers hatte ich das ganze Ding und damals war es noch so gewesen, es wurden die ganzen Spiele auf drei Knochen, zwei Disketten gespeichert und ja, da musste man immer die Disketten einschieben und dann konnte man spielen. Einige oder eins meiner Lieblingsspiele waren Lemke, ich zeige euch das mal kurz. Und zwar geht es darum in dem Spiel, dass man diese kleinen komischen blau-grünen Männchen dort halt retten muss und man hat immer eine gewisse Anzahl und man hat, dort oben steht dann immer eine Uhr, die dann abläuft. Und dann muss man versuchen, diese kleinen Männchen, sage ich mal zehn von den Männchen oder hundert von den Männchen, das sind dann so verschiedene Anforderungen, die dann durchs Level zu bekommen. Mit verschiedenen Tools, über verschiedene Hindernisse, wo es aber immer wieder darum geht, dass wenn man nicht richtig aufpasst, dass diese kleinen Dipskins so gesehen, diese kleinen Lemminge, sterben. Ich fand es mega cool als kleiner Dippe und war mit einer meiner Lieblingsspiele auf vielen Fall gewesen. Was hatte ich noch für Spiele? Ähm, Pitfall. Pitfall ist auch ein Spiel, sehr schön für seine damalige Zeit, wenn ich, man musste, war ein Jump'n'Run-Spiel, über verschiedene Hindernisse und Propodile-Spielen, springen. Und für mich als Lampoco war es schon ziemlich schwer, aber doch sehr interessant und ich habe mich immer gefreut, wenn ich einen Abschnitt weiterkam in dem Spiel. Ja, bis dann irgendwann auch mal Bananensaft leider Gottes über meinen Amiga64 gekippt ist und äh, ja. Damit war das Ding dann Schrott gewesen. Damals hatte mein Vater eine Super Nintendo ausgeliehen gehabt aus der Konsole. Ich weiß nicht, wie die erste Spiele waren. Die erste Spiele waren mit Zero, König der Löwen und... Die Super Nintendo, die hat uns damals so begeistert, dass mein Vater uns sie dann auch damals gekauft hatte. Und wir hatten dann aber allerdings auch so coole Spiele gehabt wie ein Rooftop. Das ist, ähm, Goofy und Max. Ich blende es euch mal ein, wirklich ein geiles Spiel. Goofy und Max ist ein Action-Adventure-Spiel, das von Capcom im Juli 1993 in Nordamerika entwickelt und veröffentlicht wurde. In Europa allerdings kam es erst am 25. November. Das Spiel kann sowohl im Einzelspieler- als auch im Multiplayer-Modus gespielt werden, wobei ein Spieler Goofy unter anderem Max kontrolliert. Goofy und Max ist eines der ersten Spiele, die von Shinji Mikami entworfen wurde, der für seine Arbeit an der Resident Evil-Serie bekannt wurde. Kurz zu dem Spiel. Der Spieler spielt als Goofy oder Max und arbeitet sich durch fünf Bereiche auf Spooner Villa Island am Strand, in einem Dorf unter Belagerung einer Spukburg, einer Höhle und schließlich dem Piratenschiff, wo Pete und PJ gefangen gehalten werden. Goofy bewegt sich langsamer als Max, kann aber den Feinden mehr Schaden zufügen. Das Ziel jeder Ebene ist es, verschiedene Rätsel zu lösen, um das Ende der Bühne zu erreichen und den Chef zu besiegen. Obwohl Goofy und Max nicht direkt kämpfen können, können sie verschiedene Methoden verwenden, um Feinde wie das Werfen von Objekten wie Fässern oder Bomben auf sie zu werfen und sie somit zu besiegen. Blöcke in sie zu treten, sie von der Bühne zu stoßen oder sie in den Weg der feindlichen Angriffe zu locken. Während des Spiels können die Spieler verschiedene Sammelstücke finden, die ihnen helfen können. Das Sammeln von Obststücken kann Max oder Goofy vor einem einzigen Hit schützen. Mit zusätzlichen Leben, wenn der Spieler eine der bestimmten Mengen an Früchte sammeln kann, ohne getroffen zu werden. Wenn ein Spieler im Multiplayer sein ganzes Leben verliert, kann er mit drei Leben weiter respawnen, wenn der Spieler auf einem anderen Bildschirm wechseln kann. Wenn jedoch beide Spieler ihr ganzes Leben auf dem gleichen Bildschirm verlieren, ist das Spiel vorbei. Andernfalls müssen sie von Anfang an mit einem Passwort fortfahren. Also damals konnte man nur über Passworter sich sozusagen dort wieder an den Level buchsieren. Kommen wir jetzt noch zu zwei weiteren Spielen, die jetzt nicht so jugendfrei sind oder sowas vielleicht. Oder damals schon nicht oder so. Aber in dem Sinne, ich jetzt als Kind eher sehr gefeiert habe. Das ist einmal hier haben wir Street Fighter 2, ein Klopper-Spiel. Street Fighter. Street Fighter war anfangs erst ein Arcade-Spiel, was hinterher auch auf die NS, auf die Super Nintendo gebracht worden ist. Und es ist ein Spiel auch wieder von Capcom. Ich blenze euch hier mal kurz ein. Es ist eines der erfolgreichsten und bekanntesten Titel und Teile der gleichnamigen Spielserie. Nach der Erstveröffentlichung auf dem CP-System in Februar 1991 wurde Street Fighter 2 über die Jahrzehnte auf diversen Plattformen portiert und mehrfach neu aufgelegt. Das Arcade-Spiel Street Fighter 2 von 1987 wies bereits einige Merkmale der Nachfolge auf. So war es in 2D-Fighting Game. Bei dem sich jeweils 2 Kämpfer vor exotischer Kulisse bekämpfen und man als Spieler durch bestimmte Tassenkombinationen Spezialangriffe wie Feuerbälle oder Spezialschläge anwenden konnte. Anfang der 1990er Jahre begannen dann beide Entwickler Akari Nintani und Akari Yazada mit der Entwicklung von Street Fighter 2. Kommen wir jetzt wiederum nochmal zu einem Spiel, was ich sagen muss, etwas umstritten ist, aber dennoch richtig viel Spielspaß gemacht hat. Wir reden hier von Mortal Kombat. Blend auch dieses hier mal ein. Mortal Kombat ist ein Videospiel aus dem Kampfspiel-Genre, welches vom Programmierer Ed Boone und Designer von John Tobias konzipiert und von den US-amerikanischen Softwarefirma Midway, heute Netherreal Studios, entwickelt wurde. Die 1992 in Spielhallen erschienene Antwort auf das populäre Capcom-Spiel Street Fighter 2 bildet den Grundstein der heute meistverkauften Spielreihe des Genres. Das Spiel enthält äußerst explizite Gewaltdarstellungen, die teilweise zur Gründung des Entertainment Software Rating Board ESRB sowie zur vorübergehenden Ideen... Auf gut Deutsch, es wurde vom Staat eingezogen und keiner durfte es spielen, weil es auf der schwarzen Liste war. Es erschienen mehrere Fortsetzungen, Spielfilme, Trickfilme, TV-Serien und Merchandising-Produkte. Kommen wir jetzt aber wieder mal zu einem Spiel, was wirklich sehr familienfreundlich ist und was uns als Familie auch am allermeisten Spaß mit verbreitet hat. Und zwar, das ist Super Soccer. Ich meine, wer kennt es nicht, ne, aus dem Jahre 1991 veröffentlicht und 1992 dann auch in den USA veröffentlicht. Was hat das Spiel so interessant gemacht? Das Spiel hat es so interessant gemacht, dass wir das zu zweit spielen konnten. Wir konnten dort eine Liga spielen und wir konnten dort aus knapp 15 Nationen, äh, Nationen, konnten wir wählen, wen wir dann spielen wollten und konnten auch, ja, Liga spielen. Nehmt halt das Ganze zu zweit. Sportspiel machen sowieso immer wieder gerne, viel Spaß und, äh, damit war das bei uns sehr gehakt gewesen. Die Reihenfolge entsprach etwa der Platzierung der Mannschaften der WM 1990, was es vielleicht auch noch ganz interessant machte damals. Sportspiel machen sowieso immer wieder gerne, viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr von solchen geilen Videos gesehen wollt, dann vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu teilen. Wir sehen uns im nächsten Teil, Teil 2. Bis dann, haut rein. Bis dann, haut rein. Bis dann, haut rein. Bis dann, haut rein.